Grundsätzlich kommt man natürlich deutlich schneller ans Ziel. Also man kommt deutlich schneller an das Ergebnis, hängt natürlich jetzt vom Ergebnis ab, was derjenige halt für ein Ziel hat, ob Muskelaufbau, Körpergewichtsreduktion. Es gibt ja auch viele Frauen, die das Ziel haben, einen regelmäßigen Zyklus zu bekommen oder sich erstmal in ihrer Haut wohlzufühlen. Das heißt, wenn man Hormone außer Acht lässt, lässt man ein unglaublich großes Potenzial auf der Strecke. Und klar, ich kann total verstehen, dass das am Anfang, und das haben wir ja am Wochenende in den Vorträgen auch gehabt, sehr komplex und kompliziert wirkt. Deswegen würde ich auch nicht alle Systeme auf einmal versuchen, irgendwie zu lernen und zu beherrschen, sondern mich so langsam vorarbeiten. Also vielleicht nur mit der Schilddrüse anzufangen. Und das ist gar nicht so kompliziert. Die Schilddrüse, wie gerade gesagt, macht irgendwie so ein bisschen alles im Körper. Wir haben eben auch schon diese vier essentiellen Grundstoffe genannt, die für die Schilddrüsenhormone oder für die Produktion relevant sind und essentiell sind. Das ist zum Beispiel was, was man sich ganz einfach anschauen könnte. Wenn die nicht so sind, wie sie sein sollten, könnte man als Trainer, als Coach dazu raten, hey, wenn der Eisenwert so nicht ist, wenn man jetzt nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten möchte, sondern mit Nährstoffen aus Nahrung zum Beispiel einfach. Muss man ja auch sagen, kein Mensch braucht Nahrungsergänzungsmittel, aber sie sind ganz häufig eine ganz einfache Lösung, ans Ziel zu kommen, ohne dass man seinen kompletten Alltag umstrukturieren muss. Und häufig auch so, dass es in Summe günstiger ist tatsächlich und vielleicht auch einfacher. Aber es hängt halt super davon ab, aber in so einem Fall könnte man auch sagen, esst zum Beispiel mal mehr Kürbiskerne.